Martin, Ihr Partner für Präzision Passplatten von Martin Präzisionspassplatten gibt es in Koffern und Nachfüllpacks. Neben den Standardpassplatten aus rostfreiem Stahl gibt es auch spannende Non-Standards. Je nach Artikel bieten Non-Standards höhere Abstimmgenauigkeiten oder auch Gewichtsersparnis. Die Kunststoffvarianten können zudem auch als dämpfendes oder elektrisch isolierendes Element eingesetzt werden. PET und POM sind als mechanisch belastbare Kunststoffe bekannt. Eine Besonderheit sind die mehrlagigen Passplatten. Hier kann eine mehrlagige Passplatte mit normalen, massiven Passplatten ergänzt werden. In dieser Art können wenige Artikel ganze Koffer aus massiven Passplatten ersetzen. Servicetechniker können nun ganz zielgerichtet vorgehen. Präziseres Ausrichten erlaubt eine höhere Lebensdauer und weniger Gewicht beim Motöreinsatz macht das Leben leichter und spart Transportkosten. Hier einige Anwendungsbeispiele der unterschiedlichen Typen. Zum Beispiel die vollflächig laminierten, mehrlagigen Passplatten aus MTEC-L HP5. HP steht für Hochpräzision, wobei eine 25 µm Lage die restlichen 50 µm Schichten ergänzt. Diese Varianten gibt es auch aus frostfreiem Stahl oder hochfestem Aluminium, sprich HP1 bzw. HP3. Spannend sind auch die randverschweißten Passplatten MTEC-V. Die ebenen Passplatten sind vor dem Schweißen miteinander verpresst und bilden ein einheitliches Paket. Wie bei einem Abreißkalender können Lagen abgenommen und im Bedarfsfall auch zurückgelegt werden. Die bekannten soliden Passplatten MTEC-S sind sauber, gradfrei und flach. Produkte von 25 µm und 3 mm runden das Sortiment ab. Mittels dieser Möglichkeiten können Wellen perfekt ausgerichtet werden. Für Passelemente in Sonderformaten kontaktieren Sie unseren Verkauf. Wir liefern Ihre Wunschpassplatten weltweit und ermöglichen hochpräzises Abstimmen genau nach Ihren Vorstellungen. M-Tech Passplatten M-Tech Passplatten Praktische Nachfüllpacks Robuste und handliche Koffer Standardkoffer mit normalem Gewicht Non-Standardkoffer mit geringerem Gewicht Rostfreier Stahl Aluminium PET und POM Martin Ihr Partner für Präzision Solide Laminierte und randverschweißte Passplatten für Ihre Montage counts Aus pair und pair als inside im en Vielen Dank.